So Leute, da sind wir wieder bei Resident Evil 6 mit mir, Zephi und Yutis, die ein bisschen weiter nach vorne sind. Das könnte sein, dass sie ein bisschen lauter oder leiser ist und ich kann mich auch zurücklehnen. Ja, je nachdem wie sie im Radius unseres Nier-Mikrofons ist. Weißt du, wer da gleich durchkommt? Ja! Da! Sind uns er jetzt auch schon. Neda, halt! Ja, kennt mich nicht. Guck, jetzt kannst du dir noch ein bisschen angucken. Nee, geht nicht. Ich bin schon im Niesraum. Ah, oh, drin ist hart. Ah, da bist du! Moin. Der Spawn doch immer wieder richtig. Oh, da war gerade irgendwas, was ich überprüfen konnte. Ach, ich hasse diesen Teil. Man kriegt ja einen Erfolg, wenn man die überstuft. Echt? Mhm. Bestimmt noch nicht. Was wolltest du prüfen? Nee, hier war nur gerade irgendwie was, was ich überprüfen konnte. Meinte ich. Vielleicht die Tür hier? Nee. In der Sackgelaufen. Keine Ahnung, vielleicht hat das auch getäuscht. Sehle ich, wenn ich da durchgehe? Keine Ahnung, geh mal durch! Also vorhin war das ziemlich knapp. Aber ich trau mich nicht. Da. Hi. Hi. Nein. Dafür benutze ich nicht meine Pfeile. Danke. Bitte. Pfff. Wie lässig. Das ist ja auch nicht mehr so viel. Warum? Ballert. Ah, das Spiel, das will aber auch, dass man ballert. Ja, wer ist denn da unten? Da sind sie! Ach ja. Du bist hier zurückgekrabbelt. Ja. Ich glaube ich. Wollte gerade sagen, wo bist du denn ganz? Ja, ich bin zurückgekrabbelt. Ich weiß nicht, irgendwie war ich gerade in der kurz gefreezt war, in der die Szene kam. Und dann war ich plötzlich in eine andere Richtung oder so. Ah, achso. Los geht's ihnen! Mach sie fertig! Ja, fein gemacht, ihr zwei! Ey, passt auf, das bin ich! Ich glaube, sie sind fertig. Hi, Piers! Gib mir dann an die Panzergewirr! Was ist hier los? Wie soll da abballern? Ja, das sind zwei typische BSA-agenten. Agenten zu laden. Du bist mir völlig in den selben Sprung. Chris, das ist zu falsch. Das trau ich mich gar nicht bei denen. Scheint aber ganz gut zu funktionieren. Es ist ein Mann hat Superkräfte. Chris, wo bist du? Piers, guck, guck! Ah, ich glaube Chris wird gerade... Oh, oh, oh! Böse, böse! Lass Chris sein, ruhig! Ich geh mal weiter. Ja. Ich hab mal noch meinen Chris hat hier, weil der hat's überlebt. Ach, jetzt sind wir hier. Ja. Nur ohne Käfer an der Decke. Aber dafür auf dem Boden. Guck! Der kann durch Wände launchen. So, gehen wir mal, erledigt. Oder waren das zwei? Ich weiß es nicht. Mach mal die Tür auf, dann werden wir sehen, ob da noch einer kommt. Ich halte vielleicht den Knappdruck. ja wo bin ich ich sehe mich nicht das war gemein ich habe mich selbst nicht gesehen ich habe mich selbst nicht Ich bin der Gast. Ich hasse diesen Part. Hi, da bist du ja. Wie hab ich? Wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Wie sieht das so lang? Hey Gott. So viel Trubel. Ich verpiss mich. Es ist mir hier zu laut. Na ja, wie soll man... Oh, das bist du. Ja. Soll man dann sucht einen Feierabend hier müssen? Ja, Feierabend? Wo soll ich da stehen, welche? Ey, Affe. Was schießt denn hier? Hier! Mach den Tür sofort wieder auf! Hallo? So, ich geh auf Mittagspause. Was macht der da nur? Hallo? Ich glaub der will nicht. Jetzt wieder. Ich steige mir zu nah dran. Auf. Das war nicht auf. Für mich nicht. Ich hab einmal in meinem Leben gekontert. Ich bin auf. Aus Versehen… Das tut mir so leid… Hier waren Pfeile. Wow. Oh Halt! Ich stehe dein Bein! Immer vorwärts! Und wie runter! Das Leben meiner Top-Spionen! Eine Agentin? Whatever! Nein, nein, ich muss ja Agentin sein. Ja. Du bist das! Mensch, komm mir doch nicht immer so entgegen! Entschuldigung, was soll ich denn machen? Hey, da kriege ich jetzt mal einen Herzinfarkt bei! Ich denke mal, du wirst der Gegner, wenn du mir so entgegenkommst! Weißt du, ich denke mir immer noch, du bist vor mir, hinter mir, neben mir! Oder ich würde zumindest erzählen, wie du da runterfällst und nicht irgendwo spawnst. Ja. Aber nein, ich bin da, wo man es am wenigsten erwartet. Ja. Nein! Nein, das ist nicht gut genug! Das ist nicht 801! Warum funktioniert das? Ja. Find the DNA secrets with the cocoon's bio-structure! Find another subject! Use Carla for the next pass, she's a close match. Be careful what you say around time, or they don't want her catching on. Yes. Yes! This is it! She may have left me, but now I have her back. Happy Birthday, Ada Wong. Now I get it. Nida hat die Schwerkraft gesiegt. Ja. Wenn wir uns beeilen, dann kriegen wir Chris und Pierce noch und können doch mit ihm wegfliegen. In ein, zwei Sitzer. In ein, zwei Sitzer. Wir sind blöd. Ach du brauchst doch überall, du wirst sogar nicht in ein Sitzer mit reinpassen. Oh, kann ich auch noch unten? Mhm. Ach, danke, danke. Ich schnapp mir das doch! Ja, was denn? Ich komme sowieso nicht weit. Liebe Spiel! Machst du denn schon wieder mit mir? Ja, ich wollte gerade sagen, wir hätten hier ein Emblem ausweiter bei Chris und Pierce. Wow! Ich wollte da so in Ruhe die Kiste aufmachen, Kamil! Schon wieder ein grünes Kraut! Brauchst du noch eins? Oh, guck mal was da ist! Ne? Ach so. Hey. Ach ja. Man macht Aufzüge hier. So weißt du, so ein Aufzug. Dann rennt der, der, der Computer rennt dann immer hier so gegen und glitscht dann so ganz langsam erst da rein. Dauert immer Ewigkeiten. Alpha Team, this is HQ. Ja? Ein Flugzeugträger. Ach ja. Weißt du, was das bedeutet? Mhm. Ich uch. Ich uch. Das hat Spaß gemacht. Ja. 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 Ich uch. 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 Ich bin echt ein Ida-1. Ich brauche von jemandem. Ich brauche keine Hilfe von jemandem. Meine planen sind nicht failing. Sie sind doch vorgesehen. Sie sind persist! Und bald... ... diese Real-shell... ...in der Gesellschaft... ...will collapse! Oh! Nach dem, we know what will be left of this world. Nothing! Hell will rise! Und Chaos wird regnet! Und ich, Edelhorn, werde ich die König der ganzen Welt! Den Teil hasse ich! Ich uch, ich uch, ich uch! Ich hasse hier vieles! Ich wollte gerade sagen, die sind eigentlich nur am... Uah, nein! Ja, die Zeit, wo wir kamen, ja jetzt kommt wieder dieses! Und ja, jetzt kommt wieder dieses! Die sind gleich auch schon längst vorbei. Oh ja... Aber wir sollten es genießen, denn das ist das letzte Szenario. Es sei denn, wir spielen die Einleitung, aber das wäre extrem jämmerlich. Wir spielen die Einleitung als letztes! Als wir das noch nicht hätten! Jetzt beide geschossen? Ja. Oh Gott! Doppelt fest! Aua! Ich geh mal in den richtigen Weg, ne? Ja, mach das! Ja! Ja! Das passiert nämlich mal... Beziehungsweise nicht perfekt! Ja, ähm... Passenderweise bin ich mal wieder pastig gestorben. Das ist, weißt du, so alle 18 Minuten, alle 18 Minuten sterbe ich einmal. Dann werden die Parts auch nicht zu lang. Ist das die tollen Leute? Meine perfekte Anti-Zulang-Part-Strategie! Und ja, wie ihr sicherlich ahnt, ist der Part vorbei! Also hoffen wir, dass ihr auch beim nächsten Part wieder mit dabei seid. Also bis zum nächsten Mal! Also, das geht in... Dann! Ich hab jetzt wiederdiepiegel, die Entste! ...und dann!